Ich habe mich da mit ganz offenen Augen fast wie so ein Grupp hier rumgerannt und über jeden Sportler gestaunt, der sehr bekannt war und mit dabei war. Ich habe die Öffnungsteremonie mitgemacht mit den Anlagen und das ist natürlich ein ganz besonderes und neues Erlebnis. 2012 war ich doch weitaus mehr auf den Sport fokussiert und das Drumherum habe ich mehr und mehr ausgeblendet. Ich glaube, das könnte jetzt in Rio noch mehr der Fall werden. Man kriegt natürlich eine gewisse Erfahrung mit, wenn schon seine dritten Spiele sind, wo man schon einige Podiumsplätze hat, wünscht man sich natürlich auch weitere und geht dann mehr und mehr zielstrebig, glaube ich, in das Ganze dran, als mehr nur dabei sein ist alles.